Unsere ehrenamtliche Struktur dabei, dazu tragen die vielen Programme bei, die auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene durchgeführt werden, um junge Leute an die Gesellschaft heranzuführen, zu integrieren und ich glaube deswegen, dass wir in Deutschland das, was in London sich abspielt, nicht zu befürchten haben. Der politische Sprecher der SPD, wievielspurt, sieht das ganz ähnlich. Es gebe hier zueinander eine bessere Absicherung für sozial Schwache und nicht so verantwortlich.